Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead und ich wollte heute noch einmal mit Lilly quatschen. Vielleicht kann sie mir den Generator ausschalten, während ich in der Scheune bin, um dann mal zu schauen, was sich dort so hinter befindet. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen nicht so sicher, was ich halten soll. Irgendwas ist faul mit der Scheune. Ich denke, sie verstecken etwas. Ich würde vorsichtig sein, Lee. Ich werde es nachher schauen. Schau dich, Lee. Ich bin glücklich, dass Andy weiß, wie ich das fixieren muss, wenn etwas falsch geht. Ich bin nicht sicher, dass ich darüber nachdenke. Ach Mensch, ich wollte mir den nicht angucken. Ja, komm, mach weg den Scheiß. Ups, wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich kann das überspringen. Bei solchen Sachen, ja. Das ist voll die Seuche, doch. So, ich kann leider nur das Dingens hier. Wieso geht der nicht mehr? Kann ich nicht einfach irgendwas kaputt machen? Hier das da oben durchschneiden oder so? Oder ist das zum Tragen? Ich weiß es nicht. Ach halt, Moment. Hier kann ich auch noch was machen. Lass mich mal schauen. Schalttafel. Vielleicht kann ich da dran rumfummeln. Ja, hab ich doch. So, jetzt könnte ich hier den Riemen. Ah, das sollte ich aber nicht machen, während der läuft. Das heißt, ich sollte den erstmal ausschalten. Also machen wir erstmal aus. Und jetzt schnell hier kaputt schlagen. Und jetzt wieder schnell. Komm schon, gib Gas, Junge. Ey, nicht, dass dich hier noch jemand sieht. So, jetzt ganz unauffällig hier hinten hinstellen. Okay, Leute, ich glaube, jetzt haben wir es. Also, jetzt können wir schnell in die Scheune rennen. Ja, komm, ey, du kannst auch ein bisschen schneller gehen, ne? Boah, Lee. Was soll das? So, ich bin jetzt mal gespannt. Ich weiß nicht, wenn ich hier jetzt reingehe in die Scheune. Weil die quiekt ja immer so, ob er dann guckt oder was. Naja, die macht schon ein ziemlich lautes Geräusch. Scheint ihn aber nicht weiter zu interessieren. Er ist auf jeden Fall jetzt weg. Und jetzt kann ich mich hier direkt mal drum kümmern, würde ich sagen. Direkt hier das Tor öffnen. Die Tür öffnen. Oh, es gibt Essen, Leute. Mom, Dad, Dinner Time! It's Dinner Time! Okay, Honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, Honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Ah, jetzt lassen die mich wieder allein. Und gleich sind da wieder Beißer hinterher. Ich sehe das schon kommen. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, so. Dann wollen wir mal die Tür benutzen hier. Und dann gehen wir mal ordentlich... Ja, ja, nicht angucken. So, okay. Zack, das ist die erste Schraube. Oh Gott, ey. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Nicht, dass ich hier gleich irgendwie von denen entdeckt werde. Und dann auf einmal wird mir irgendwie ein Rücken geschossen oder so. Das wäre irgendwie ziemlich uncool. Und, ja, dann machen wir hier nochmal das... Die letzte Schraube weg. Und jetzt kann ich einen Blick erhaschen, Leute. Jetzt kann man echt gespannt sein, was sich dort hinter befindet. Ah, okay. Schlachterei. Ähm, ich fand die Tür offen... Äh, was? Ich fand die Tür offen stehen wie diese. Oh Mann, der haut mir jetzt bestimmt eine über den Schädel. Nee, doch nicht. Ja, aber ganz ehrlich, das ist jetzt eine Schlachterei. Noch nichts Verdächtiges jetzt für mich. Muss ich sagen. Oh Mann. 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 Geh weiter hoch. Geh weiter. Ah, da muss ich jetzt hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Ein altes Haus knarrt nun mal. So. Schön langsam. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist eine Tür. Tür. Hier vorne ist auch eine Tür. Schlafzimmertür. Okay, gehen wir mal hier rein, Leute. Flecken. Bücherregal. Das Bett sieht auch nicht so aus, als ob da mal jemand drin gelegen hätte. Also das ist scheinbar nicht sein Zimmer. Und hier ist ein Fenster. Okay. Also hier gibt es weiter nichts. Bücherregal brauche ich mir jetzt nicht weiter anschauen. Ist aber ein ziemlich kleines Haus hier. Was ist hier in der Schranktür? Äh, um Gottes Willen. Hier ist schon wieder Morphium. Karton mit Kerzen. Handtücher sind hier. Medizinisches Zeug. Mülleimer. Stromkabel. Stromkabel? Das ist ja gar nicht verbunden. Ich verbinde die Stromkabel hier mal, Leute. Wird mich ja schon mal interessieren. Was da passiert. Da führt das Stromkabel rein. Und es kommt Licht da durch. Das heißt, hier hinter ist noch ein Raum. Ich ziehe es erstmal wieder weg. Ach shit, kann ich jetzt nicht mehr. Okay. Okay, okay. Ich gehe erstmal zurück. Kann ich jetzt von hier... Ah! Schaut mal hier, Leute. Das sieht doch schon mal wieder sehr verdächtig aus. Schieben wir das Bücherregal mal ein bisschen zur Seite. Und wenn das das einzige Zimmer ist, dann muss ja... Ah! Hier ist noch ein Zimmer. Dann muss Mark sich ja hier drin befinden. So, gehen wir mal rein. Oh, scheiße! Oh, du heilige! Oh, du heilige! Nein, nicht ernsthaft! Und... Clementine! Ach, du heilige Scheiße, Mann! Oh, fuck, fuck, fuck! Schnell, schnell, schnell! Wir wollen ja nicht, dass hier unsere Leute alle zu Kannibalen werden. Lauf, 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 lauf! Wo ist Clementine? Da! Nein! Äh... Clementine nicht! Clementine! Nein! Huh? Lee! Jesus, Mann! Hast du was gefunden? Oh, schau deinen Scheiß, Lee! Diese Frau hat dir ein Essen gemacht! Ja, Lee, was hat dir in den Sinn gemacht? Er hat nur einen Start. Sie können irgendwelche Mannheiten benutzen! Diese Frau hier ist verdammt noch mal irre! Diese Frau hier ist verdammt verrückt! Diese Frau hat dir ein Zuhause gekochtes Essen, du ungratete Scheiße! Zeig dir ein Respekt! Danke, Larry! Äh, diese Frau hat gerade Menschen hier beinahe an dich verfüttert! Diese Frau hat gerade Menschen hier beinahe an dich verfüttert! Und sie ist der verrückte? Ha! Lee, was zur Hölle ist mit dir? Keine Ahnung, Lilly! Es ist immer etwas mit diesem Mann! Äh, wir müssen die Kinder hier rausbringen! Wir müssen die Kinder und alle rausbringen! Wir müssen jetzt gehen! Alles könnte sich gut sein für dich, Leute. Er würde auch sterben. Wir müssen über leben. Wir müssen über leben! Settle dich, honey. Growing up in rurale Georgia, du hast nicht gewöhnt. Das ist wie ich geboren und wie ich geboren habe meine Mannschaft. Jetzt, du hast monstern rummend, die nichts tun, aber zu essen. Und für was? Ihr seid alle krank! Oh, ich werde schlafen! Sie sind alle krank! Krank in der Kopf! Lee? Das ist nicht eine sehr schöne Sache, das zu bemerken. Andy ist richtig. Wir gehen nach Leuten, die trotzdem sterben werden. Eine Art oder andere. wie ihr. Clementine, renn! Clementine, renn! Nobody is going anywhere! We got lots of use for y'all right here. What the bus? Fucking black fuck! Put your guns down! We're walking out of here! Mommy, I don't wanna die. Mommy, what did I eat? Alles wird gut. Everyone! Everything will be okay! Lee? Lee? Alter Finger weg, du Bastard! Lass sie los! Let's go of her, you son of a bitch! Jetzt kommt Larry, oder was? Äh, Mark, meine ich. Angekrochen wahrscheinlich. Als Beißer natürlich, oder? Someone! Ach du heilige Scheiße. Immer kriege ich auf die Fresse, das gibt's doch nicht. Aber nimm deine Wichsgriffe gefälligst von der kleinen, ey. Oh, wo sind wir denn jetzt? Äh, du bist okay? Äh, bist du okay? Hm, hier muss er irgendwie eine Kühlung geben. Hier, genau. Mal schauen, ob wir den irgendwie abmontieren können. Halt die Fresse, Junge, ey. Ja, ihr kriegt doch wieder einen Herzinfarkt. Hoffentlich geht er dann jetzt drauf, ey. Obwohl, scheiße, dann wird's ja ein Beißer. Und wir haben nichts, womit wir in den Kopf einschlagen können. Fuck. Wenn er tot ist... Er ist nicht tot! Das muss passieren, Lee. Denken Sie an. Du sahst den Schmuck in der Motel? Wie schnell er hat er. Was sagst du? Lilly, ich bin sorry. Ich wirklich, wirklich bin. Aber in ein paar Minuten, wir werden uns in eine Locked Room mit einem 6'4", 300-lbs. Wir können ihn nicht töten, solange er noch nicht tot ist. Lilly kann ihn noch retten. Lilly kann ihn noch retten. Ich wünsche ihm, sie können. Ich glaube, ich bin so. Aber dieser Mann ist tot. Ihr beide wisst, was passiert. Schau, Kenny, zurück in der Drogstor, wenn wir alle gedacht haben, Duck war. Ich erinnere ihm den Vorteil des Wunderschön. Vielleicht sollten wir das gleiche jetzt machen. Das war anders. Duck war nicht so. Aber komm, wir wissen, dass dieser Mann nicht zu machen. Erinnern was, was Ben gesagt hat. Wir müssen den Schmuck. Komm, Lee. Du kannst nicht in der Mitte auf diesen Weg. Du musst meine Brücke auf diese Zeit. Gott, Lee, ich brauche dich. Sorry, aber ich werde auf jeden Fall, äh, diesmal mich gegen Kenny entscheiden müssen. Auch wenn er ein Arschloch ist. Achso, jetzt muss ich das hier machen. Was zur Hölle? Ach, du heilige Scheiße. Ja, für den Moment. Ja, für den Moment. Ja, für den Moment. Aber wir müssen trotzdem eine Weg raus finden. Shh. Ich weiß, ich weiß. Aber du musst jetzt stark sein. Ich brauche dich, stark sein. Denkst du an etwas anderes. etwas Hoffnung. Wie was? Äh, dein Walkie-Talkie? Wie geht es dir, Walkie-Talkie? Die, die präzigen Gespräche mit deinem Vater und deinem Vater sprechen. Nichts, die machen dir besser fühlen? Manchmal. Wir werden raus raus, richtig? Du hast einen Weg raus gefunden? Ich arbeite an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Ich glaube, das war mal wieder eine Menge Action für einen Part von The Walking Dead. Also, warum wollte ich Larry retten, obwohl ich ihn hasse? Ganz einfach. Er ist halt ein Mitglied der Truppe und lebend nützt er uns einfach mehr als tot. Das muss man einfach mal so sagen, auch wenn er ein Vollidiot ist. Aber trotzdem hätte ich ihn jetzt nicht einfach umgebracht, ohne die Gewissheit zu haben, dass er wirklich ein, ja, ein Beißer geworden ist. Ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet. Schreibt es mir in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bis dahin macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.